hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft get down ja wir spielen heute mal eine runde get down auf den revie server kennen wahrscheinlich die meisten von euch und leute ich bin nicht sehr gut in get down aber das macht ja gar nichts hauptsache ich kann euch eine folge liefern die einigermaßen in ordnung ist ja und außerdem finde ich bei get down sind irgendwie sehr sehr wenig blöcke wie die man also bekannt blöcke jumpy rum und finde keinen einzigen kann was ist denn das wenn ihr tipps für mich habt wo oft kein blöcke sind gerne in die kommentare also ich weiß ja dass man sich am besten außen bewegen sollte aber irgendwie da finde ich auch keine ahnung oder spielvorschläge auch gerne nochmal in die kommentare ja und ja wie gesagt ich hoffe ja genau so was ist mies wenn man gerade vor so ein coinblock steht auch die nächste map ist lsd habe gehört da sollen viele sein mal gucken oh lsd ist so lsd ist so lsd oh krass erst mal zwei herzen runter oh fuck halbes herz ah das war nicht nett egal in minecraft sollen ja auch nicht nett sein ob man da hinten nochmal hochkommt oder ob ich das überste jump run machen muss ich glaube ich muss das jump run machen nein habt ihr das gesehen leute wie ich da gesneakt habe der nicht der einfach drüber geflogen ist ich weiß gar nicht wo ich gerade hinlaufe mann ich muss da rüber da war drüben ein kont-block weil da ja und jetzt falle ich wieder runter alter leute ich bin scheiße in den spiel muss ja der gewinnt schon wieder als ob der so schnell ist man russia wasser aber nee das schreibt man nur mit s da ups leute hab ich mich verschrieben egal nicht das mann baum des lebens ist sehr behinderts im map also finde ich zumindest unlucky blindness lucky absorption ja und tot ja gut leute so einfach geht das man kann nicht mehr sprinten wegen der blinden das ist irgendwie keine ahnung spackt rum man kann da nicht mehr sprinten und dann na ah das fuckt mich jetzt ein bisschen ab leute habt ihr ah wenn ihr das gerade gesehen habt leute was war das bitteschön ich war doch drauf oder oh mein gott alter übrigens wenn ihr bald kommt eventuell eine folge wo wir minecraft smash aufnehmen müssen wir mal gucken ob wir mal uns alle zusammen treffen können für eine runde minecraft smash und äh ein kumpel von mir macht vielleicht so ein nicht so im monat bringt er mal ein anderes game also damit ihr nicht als euch nur mit minecraft beschäftigen müsst ihr ah als ob so ein unmöglicher sprung dann da noch wow meine coins alter minus oh leute die wollen mich doch verarschen oder das können die nicht so ernsthaft sein und jetzt werde ich angeschrieben egal leute juckt mich jetzt nicht blauer stormpüffel oder was was alter ah man und dieser ja oh mein gott leute guck mir ich meine punkte an noch ein schwert ja ich werde eh wieder verkacken so leute mal gucken wie lange ich überlebe also auf jeden fall nicht lange so viel kann ich dir sagen also kann ich euch sagen ja ja 30 sekunden pvp in 30 sekunden oh oh alter ich werde so verkacken wenn man so viel von den anderen leuten sieht alter hat man ja doch fast keine chance wegen das richten mit dem scheiß holzschwert oh der den könnte ich noch machen dann habe ich eine dia brust verzappertes holzschwert dann könnte ich vielleicht den voll den fast voll iron typen raken aber der da hat voll dia und das wird nichts er lauft mehrere mit voll dia rum ja habe ich wahrscheinlich keine chance leute ich muss einen einzelnen erwischen mit schlechteren equip als ich aber irgendwie noch eine eisenhose oder so damit ich zumindest fast iron bin also ich wäre das halt besser ja man muss teamen aber ich schätze ja da team verboten naja deswegen Leute das ist scheiße naja ich habe aber eh schon verloren egal vielleicht kann ich noch ein zwei raggen vielleicht auch drei mal gucken wie viele ich falls ich überhaupt einen raggen kann oh da waren unsichtbare blöcke egal so ich finde gar keine einzige die ich gesehen hatte waren die da oben aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen irgendwie Leute was ist denn hier los was sind die denn alle oh nein voll dia oh fuck sogar mit dem als ob der mich so tue hittet okay Leute ich würde sagen wir hängen am besten noch eine Runde hinter hinten dran und dann bis gleich Leute wisch hallo Leute da sind wir wieder und zu einer zweiten Runde mal gucken wie die Runde wird ich hoffe ich habe diesmal mehr Glück mit den Blöcken ähm ich hatte ja so wenig Punkte alter gegen den voll dia typ mit seinem Verbrennungsschwert konnte ich nichts machen alter die haben mich sogar der hat mich ja sogar getoo hittet deswegen aber okay so mal gucken wie weit ich jetzt komme und was ich so anstellen kann ähm ähm ja so fangen wir erstmal an jemanden runter zu boxen das wäre eine gute Idee habe ich auch jetzt getan ne ich glaube diesmal ist die Runde besser diesmal habe ich ein besseres Gefühl bei der Runde leider als ob ich den Sprung so gemacht habe ob ich das überle- oh ja ich hab's überlebt das ist gut pf 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 Ah, scheiße, an den Block da oben komme ich nicht mehr. Oh, da oben sind auch so viele. Am nächsten Mal werde ich mich umbringen, dass ich wieder da oben bin. Patsch. Man hört immer dieses schöne... Fuck, da war ein Doppelbücher, ja. Ja, Leute. Was jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wenn ich den runterhau und mich selber töte. Genau, das wäre die beste Idee. Leute, guckt euch das an. Meine Skills sind ja heute over in 1000. Was das angeht, Alter. Also. Oh, ich habe den Sprung geschafft. Leute, Alter, ich habe viele Blöcke diesmal. Das bedeutet schön viel... Ich könnte... Oh, diesmal wäre anders. Der hat auch ein bisschen gerusht, weil... Ich bin... Egal. Passt schon. Bunker. Das ist meine... Held... Uh, ich habe 400 Punkte. Ganz gut für mich. Also für meine Verhältnisse. Hat der in der Runde da vorgesehen, wie gut ich in sowas bin. Leute, easy, get rekt, oder? GG. Ja, nochmal dazu. GG, Leute. Ja. GG. 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 Den hätte ich fast nicht geschafft. Der Spieler hat sich den scheiß Coinblock geholt, den wollte ich mir doch holen. Vielleicht haben wir ja Luck und hier sind Coinblöcke drinne, aber wahrscheinlich eher nicht. Das finde ich ja sehr schade, persönlich. Oh, da ist einer. Als habe ich es so gewusst habe. Ich habe genau hier rüber geguckt, wo der war. Richtig lucky von mir. So, okay. Oh, scheiße. Da war ich nicht so tief gefallen, Leute. Genau wie hier. Ja. Ich falle einmal durch. So, mal gucken, was der dazu sagt, wenn ich ihn... Hä? Wo ist seine Hitbox hin? Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Ich konnte ihn nicht schlagen. Als ob der so tief war, der Ersprung, dass man ihn nicht überleben konnte. Hätte ich mir... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man kann ihn überleben. Leute, wie ich wieder... Alter, seine Hitbox ist schon wieder weg. Seht ihr das? Leute, wie ich nie welche boxen kann. Ja, okay. Wie viele Punkte habe ich? 425. Gut. Ich hole mir... Ähm... Erstmal ein gutes Schwert. Hier, 200. Jetzt haben wir noch 200 übrig. Als ob das so viel kostet. Ich dachte echt, ich hätte mehr Punkte, Leute. Jetzt habe ich nur das scheiße Equip. Alter, Leute. Das kann doch nicht sein. Bin ich wirklich so behindert? Warum kann man hier nicht noch mal ein paar Blöcke bekommen? Oh, Leute, Leute. Ich bin wieder nicht besser equipped als vorhin. Voll die Typen kann ich schon wieder nicht raggen. Ach, da ist eine scheiß Leiter. Okay, das ist schön zu wissen. Alter, was soll man noch machen? Guck mal, ich hatte 400, Alter, wie viele Blöcke ich hatte. Und ich habe nur diese scheiße Equip. Außerdem, äh, Leute. Wenn ihr, äh, wie findet ihr meinen Skin? Macht gerne mal Verschläge in die Kommentare. Ich ändere ihn auch gerne. Ihr könnt mir auch, äh, immer noch Banner und so einschicken. Außer Intros. Weil, ja, wie ihr bemerkt habt, wahrscheinlich habe ich selber zwei Intros gemacht und werde davon jetzt eins benutzen. Ich muss nochmal mit meinen Freunden absprechen, welches wir benutzen wollen. Da ist ein Typ, den ragge ich, glaube ich, eventuell gleich weg, wenn ich Glück habe. Oh, er rennt, er rennt. Er will, als ob der Feinde sucht mit dir seinen scheiß Equip. Guckt euch den mal an. Alter, Leute. Seht ihr das gerade? Wie der abstaubt? Wie der abstaubt, der scheiß Hurenfigger. Faggit. Hä? Leute. Seht ihr das? Alter, der hat mir zwei... Oh, Alter, okay. Gut, GG, Leute. GG, Leute. Und das war's mit der Folge. Bewertet die Folge und... Ciao. Leute.